Hi, ich hab versucht zu schnell es geht zu kommen, tut mir leid, ich hab mich etwas verspätet. Alles ok sonst bei dir? Hey, hey, alles gut, ich bin jetzt da und ich helfe dir. Ich hab versprochen, dass ich immer für dich da bin und ich hab ein paar Dinge mitgebracht, dass ich dir bei deinen Einschlafproblemen helfe. Und ich werde dich jetzt ganz gemütlich und entspannt ins Bettchen bringen, du schöner Mensch. Wundere dich nicht, wie meine Nägel aussehen. Ja, ja, ich weiß, die sind sehr rausgewachsen, ich hab sie selber gekürzt und wollte sie eigentlich, bevor ich noch zu dir komme, abmachen. Aber du hattest mir geschrieben, ich bin sofort los. Und dachte mir, dich kann ich nie in den Stich lassen und meine Nägel können aufwarten. Genau, sieht fancy aus, oder? Dankeschön, danke, danke, brauchst du nicht mehr Komplimente für meine Nägel? Ja, also, ähm, du hast dich ja jetzt schon aufrechten gesetzt, wie ich siehst. Ja, genau, ich hab Dinge mitgebracht, wir machen das jetzt ganz entspannt gemeinsam. Also, kein Problem, Janina ist hier für you. Erstmal habe ich für dich... Eine kleine Einschlafkerze. Mitgebracht, die dir, ja, die versprüht zum besonderen Duft, der dir auch beim Einschlafen helfen soll. Die benutze ich selber auch manchmal. Was ich hier tue, das nennt sich ASMR, das sind so Geräusche, die dir zusätzlich zu den Sachen, die ich dir mitgebracht habe, helfen werden. Lass dich einfach drauf ein. War dein Tag denn sonst gut? Echt? Okay, verstehe. Mach dir keinen Kopf, weil es wird gut, ich versprich's dir. Ja, ich wollte das damals selber nie glauben, aber sobald man schlafen geht und am nächsten Tag aufwacht, sieht die Welt meistens schon ganz, ganz anders aus, wenn man das gar nicht glauben mag. Ja, ich hab die kleine Kerze, ich hab jetzt leider keine Streichhölze, ich nimm mal eben dein Feuer, was hier liegt. Mach deine Kerze an. So, die duftet mega. Nice. Die riecht echt mega gut. So, die werde ich jetzt auf dein kleines Tischchen neben dir stellen. Und die lasse ich jetzt einfach erstmal. So, warte, ich greife mal neben dir. Perfekt. Dann hab ich dir noch was mitgebracht, warte. Ich habe gerade auf dem Weg, ganz schnell bin ich in diese Tankstelle reingerannt und hab dir dieses Glühschlamer mitgebracht. Hier ist auch noch das Schild dran. Gefällt's dir, oder ist es nicht so deins? Hallo, 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 hallo. Hey. Ich werde jetzt mal baurednern. Hi, du sollst doch schlafen. Mach dir keine Gedanken. Ich kann jetzt auch für dich. Und ich werde dir helfen. Versprachen. Ich helfe dir. Scheiße, ich kann das nicht. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ich und Janina. Wir hören dir jetzt helfen. Ja, okay, gut gehalbert. Den hab ich dir auf jeden Fall mitgebracht. Mit dem wirst du auf jeden Fall schöne Träume haben versprochen. Wie nennen wir dich? Wie nennen wir dich? Wir nennen ihn Karl. Ja, Karl. So. Bitteschön, den gebe ich dir einmal rüber. Aber ich habe jetzt noch was für dich mitgebracht. Das habe ich von zu Hause mitgenommen. So, sweetie. Und zwar ein Lämpchen von mir. How cute is that? Das ist Karl 2. Das ist very nice. Versuche euch deine Eure Glänze zu machen. Alles gut. Sieht man eigentlich, dass ich ein bisschen brauner bin als sonst. Okay, das Licht hier verdient zum Beispiel ein bisschen anders. Aber ich glaube, ich bin brauner. Oder? Ich habe selbst brauner genommen. Ich habe ihn dir, das nicht ganz rechts. Ich habe es auch nicht而en. Bis zum nächsten Mal, Ich habe es sehr gut und ich habe es sehr schön. Und ich habe es sehr gut. Okay, ich habe es sehr gut. So, wenn Sie das Ganze einschslend machen, was ich werde das Ganze zu machen. Ich habe es sehr gut nach oben, Ich habe es sehr gut, Und ich habe es ein paar Mal. Und ich habe esplayer. Das ist ein Lämpchen. Die Batterie ist leer. Wie von allen Dingen, die ich besitze. Diese Prise. Ich stell die mal hier hin. Ich hab noch was mitgebracht für dich. Diese cute Schlafmaske. Auch wenn das vielleicht nicht so dein Stil ist, aber das hat dich ja zuhause noch rumfliegen. Ich dachte mir, ich bringe das einfach mal mit. Und hier. Und hier. Und hier. Upsalaam. So. Die mach ich dir schon mal auf deinen Stirn. Cute. Gut. Ja. Dann hab ich dir noch was mitgebracht. Entspann euch. Ich entspann. Flex. 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 Warte. Meine kleine Feder, womit ich dich gleich ganz sanft. Ich zeig das einmal. Ich zeig das einmal. Mit deinem Wunder... Widersprich mir nicht. Ich hab noch nicht ausgesprochen. Đây. den Wunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunderwunder wundervolles Gesicht hier. Aber vorher werde ich einmal dich jetzt mit deiner Decke richtig zudecken. Guck mal her, ich zieh dir jetzt mal richtig hoch. Ja. Schön, bis ans Köln decke ich dich jetzt hier zu. So, ok. Bisschen runter, so besser Oh, die ist richtig weich, deine Decke. Kann ich mir gleich zulegen. So. Wo du jetzt auch schon zugedeckt bist, werde ich jetzt ganz sanft überdrängen. Ich bin jetzt ganz sanft überdrängen. Sleep? Sleep? Hey, schläfst du schon? Sehchen, du bist müde, du Müdelein. Mach euch deine Augen zu. Alles gut. Mach euch deine Häuklein zu. Und schlaf. Schlaf, Kindlein, schlaf. Ja, Nina, ich fühle dich scharf. Warm, 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 Warm. Okay.